Weidmannsheil und willkommen zu der Zusammenfassung zum Thema Schwarzwild. Wie auch in den vorangegangenen Einheiten, möchten wir auch bei dem Schwarzwild eine kleine Zusammenfassung machen. Und zwar wollen wir auch bei dieser Zusammenfassung ein Stück Schwarzwild von der Geburt bis circa zum dritten Lebensjahr begleiten. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Gehen wir an dieser Stelle mal vereinfachend davon aus, dass unser Frischling am 1. April geboren wird. Die Geburt oder die Zeit des Gebärens bezeichnen wir als Frischzeit bzw. als das Frischen. Grundsätzlich hat unser Frischling zwischen zwei und neun Geschwistern, das heißt in einem Wurf sind zwischen drei und zehn Frischlinge. Und diese werden circa bis zum vierten Lebensmonat gesäugt. Diese Zahl solltest du dir merken, danach wird gerne mal gefragt, bis zum vierten Lebensmonat werden Frischlinge circa gesäugt. Hier vielleicht noch wichtig zu wissen, eine Bache hat zehn Zitzen, allerdings geben nur acht davon Milch, zwei davon geben wenig bis keine Milch. Wir hatten jetzt gesagt, wir nehmen vereinfachend an, dass unser Frischling mit seinen Geschwistern, wenn man so will, am 1. April gefrischt wird. Hier ist wichtig zu wissen, dass die Frischzeit, dass der Schwerpunkt zwischen Februar und Mai liegt, teilweise bis in den Juni hinein. Aber ein Frischen ist ganzjährig möglich. Je nach Witterung, je nach Nahrungsangebot können Bachen also ganzjährig frischen und demzufolge ist auch eine Rauschzeit, das heißt die Paarungszeit, ganzjährig möglich. Dazu kommen wir aber etwas später noch in diesem kleinen Video. Zur Erinnerung vielleicht nochmal, bei unserem wiederkeulenden Schalenwild hatten wir immer gesagt, zwischen Mai und Juni findet unsere Setzzeit statt, bei dem Schwarzwild hier also Februar bis Mai, aber ganzjährig möglich. Ja, nun aber zurück zu unserem Frischling. Wir hatten ja bei dem Schwarzwild die Formel 335226 kennengelernt. Die Formel musst du so im Detail nicht auswendig kennen, du solltest aber bestimmte wichtige Ereignisse aus dieser Formel drauf haben. Welche das sind, wollen wir dir in diesem Video nochmal zusammenfassend zeigen und wir wollen auch nochmal die Formel in unseren Lebenslauf von unserem Frischling einbauen. Ja, hier siehst du nochmal dieses Schema, was wir da aufgestellt haben. Das kannst du auch nochmal gut im Text nachlesen und darauf wollen wir jetzt hier, wie gesagt, im Lebenslauf von unserem Frischling eingehen und jetzt aber nicht nochmal diese Grafik im Detail besprechen. Wir merken uns also 335226. Nach den ersten drei Monaten nach der Geburt ist also unser Milchgebiss vollständig ausgebildet. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass unser Frischling am 1. April gefrischt wurde, rechnen wir drei Monate weiter und sind jetzt ungefähr im Juli angekommen. Das bedeutet, wir haben drei Schneidezähne jeweils im Ober- und Unterkiefer, wir haben einen Eckzahn jeweils im Ober- und Unterkiefer und wir haben drei vordere Backenzähne jeweils im Ober- und Unterkiefer. Das macht insgesamt 14 Zähne und da wir immer nur eine Seite des Gebisses betrachten bei der Zahnformel, müssen wir das mit zwei multiplizieren und kommen auf unsere 28 Zähne im Milchgebiss. Hier also zwei wichtige Punkte. Mit circa drei bis vier Monaten ist das Milchgebiss vollständig ausgebildet und das Milchgebiss hat 28 Zähne. Ja und kurz nachdem das Milchgebiss mit 28 Zähnen dann ausgebildet ist, verliert der Frischling seine charakteristische Färbung mit den Frischlingsstreifen. Und zwar ist das der Fall mit circa vier bis sechs Monaten und dann sind diese Frischlingsstreifen eben nicht mehr sichtbar. Möchtest du deine Jagdprüfung sicher bestehen? Das E-Learning der Jägerschmiede hilft dir dabei. Erlebe eine spannende Lernreise mit modernster Didaktik. Klicke dich Schritt für Schritt durch die Themengebiete und erlebe einen Mix aus Lehrvideos, Illustrationen, Texten und Quizfragen. Unser E-Learning ist für jedes Bundesland geeignet und unabhängig von deiner Jagdschule nutzbar. Pro Jahr tausende zufriedene und begeisterte Jagdschülerinnen und Jagdschüler, die erfolgreich mit unserer Hilfe die Jagdprüfung bestehen. Werde Teil der Jägerschmiede-Community und buche noch heute deinen Zugang auf Jägerschmiede.de. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Unser Frischling lebt in sogenannten Rotten. Das heißt, es sind Familienverbände und eine Rotte besteht aus Bachen, das heißt den weiblichen Stücken, aus den Frischlingen der Bachen und aus Überläufern. Hier haben wir dann auch noch die Überläuferrotten kennengelernt und wir haben auch kennengelernt, dass ältere Keiler Einzelgänger sind. Grundsätzlich ist es aber so, dass Schwarzwild sehr gesellig ist und deshalb in diesen Rotten lebt. Kurz nachdem die Streifen von unserem Frischling verschwunden sind, beginnt unser Frischling auch den ersten hinteren Backenzahn und kurz danach auch den ersten vorderen Backenzahn zu schieben. Der erste vordere Backenzahn, das ist der sogenannte P1. Hier hatten wir gelernt, dass der nicht bei allen Stücken vorkommt. Und dieser P1, der wird auch gleich im Dauergebiss geschoben. Das heißt, der P1 kommt im Milchgebiss nicht vor. Hier vielleicht auch noch wichtig, wir sind jetzt circa im sechsten Monat, das heißt 3 plus 3 in unserer Formel. Und circa in dieser Zeit wird der M1 gerade geschoben. Das heißt, der M1 ist mit sechs Monaten noch nicht vollständig geschoben. Ja, und wenn wir dann mit unserer Formel 3, 3, 5, 2, 2, 6 nochmal fünf Monate weitergehen, sind wir jetzt circa im elften Monat, circa zwischen zehnten und zwölften Monat. Und hier findet jetzt der erste Wechsel von Zähnen statt. Das heißt, die Milchzähne werden gegen Dauerzähne gewechselt. Hier gibt es auch eine gerne gestellte Prüfungsfrage und zwar lautet die, wann findet denn der Zahnwechsel bei dem Schwarzwild statt? Beziehungsweise wann beginnt der Zahnwechsel bei dem Schwarzwild? Wir haben jetzt gelernt zwischen zehn und zwölf Monaten. In der Prüfung, insbesondere in der schriftlichen Prüfung, ist hier häufig die Auswahlmöglichkeit dann zwölf Monate. Also weißt du, zwölf Monate, da beginnt der Zahnwechsel bei unserem Schwarzwild. Ja, und welche Zähne werden jetzt hier als erstes gewechselt? Das sind der I3 und der C, also unser dritter Schneidezahn und der Eckzahn. Wenn wir also davon ausgehen, dass unser Frischling am 1. April gefrischt wurde, sind wir jetzt circa im März angekommen. Das heißt, das erste Lebensjahr von unserem Frischling neigt sich dem Ende und wir kommen im zweiten Lebensjahr an. Das bedeutet, unser Frischling hat am 1. April Geburtstag und wird vom Frischling damit zum Überläufer. Hier hatten wir eine wichtige Sache gelernt und zwar wird je nach Bundesland ja die Alterseinteilung in Frischling, Überläufer, Keiler bzw. Bache unterschiedlich vorgenommen. So gibt es einige Bundesländer, die die Alterseinteilung nach Jagdjahr vornehmen und es gibt andere Bundesländer, die die Alterseinteilung nach biologischem Alter vornehmen. Das Ganze hatten wir in einem anderen Video auch ausführlich behandelt, da will ich jetzt nicht nochmal genauer drauf eingehen. Als Hintergrund vielleicht, genau aus diesem Grund haben wir in diesem Video unseren Frischtermin auf den 1. April gesetzt, weil wenn der Frischtermin auf den 1. April fällt, dann sind eben Jagdjahr und biologisches Alter, die Alterseinteilung danach identisch. Ja und weil wir hier gerade unseren Überläufer auch sehr schön beim Brechen gesehen haben, das heißt bei dem Durchwühlen des Bodens mit dem Gebrech auf Nahrungssuche, wollen wir auch gleich weitermachen mit einem kleinen Einschub zur Nahrung des Schwarzwildes. Wir haben gelernt, dass Schwarzwild ein Allesfresser ist, das heißt Schwarzwild nimmt sowohl tierische Nahrung als auch pflanzliche Nahrung zu sich und passend von der Nahrung leiten wir gleich wieder über zu unserem Gebiss. Wir sind ja jetzt im Überläuferstadium, das heißt unser Frischling ist jetzt zum Überläufer geworden und mit ca. 12 bis 13 Monaten wird jetzt der zweite hintere Backenzahn geschoben, das heißt der M2 wird geschoben. Hier siehst du das nochmal sehr schön an einem Präparat. Du siehst sehr schön, dass der M2 noch nicht vollständig durchgewachsen ist, das heißt er wird gerade noch geschoben und dementsprechend sind wir hier in einem Alter von 3 plus 3 plus 5 plus 2, dementsprechend in einem Alter so 12, 13 Monate. Wenn wir jetzt in unserer 3-3-5-2-2-6-Formel nochmal zwei Monate weitergehen, dann sind wir eigentlich bei dem wichtigsten Ereignis, was du dir unbedingt merken solltest. Und zwar haben wir hier den Wechsel des I1, das heißt des ersten Schneidezahns und wir haben den Wechsel von unserem P4. Und hier hatten wir ja gelernt, der P4 ist im Milchgebiss dreiteilig und wechselt im Dauergebiss auf einen zweiteiligen Zahn im Unterkiefer. Das Ganze sieht dann so aus, wenn wir also ein Stück haben, das zwischen 14 und 16 Monaten alt ist und vorne die Unterlippe am erlegten Stück runterklappen und dort so eine V-Form sehen, dann können wir eben sehr schön sagen, das ist ein Stück, das ist so zwischen 14 und 16 Monaten alt. In jedem Fall ist das ein Überläufer, das heißt wir haben es dann hier in keinem Fall mehr mit einem Frischling zu tun und wir haben es auch in keinem Fall mit einem älteren Stück zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir hier nochmal dargestellt unseren 3-Käse-Hoch, das heißt das jüngere Stück mit dem dreiteiligen P4, das sieht man hier sehr schön und im Dauergebiss wird der P4 ja dann zweiteilig und das sieht man hier in dem anderen Bild auch nochmal sehr schön. Also diese Altersunterscheidung zwischen 14 und 16 Monaten, wirklich ganz wichtig. Ja, das sind also unsere wichtigen Merkmale, um am erlegten Stück gut den starken Überläufer zum Beispiel von dem schwachen zweijährigen Keiler zu unterscheiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017